und so heute ist dienstag der 8 juni 12 32 und ja was lese ich hier gestern habe ich eine e mail bekommen von youtube hallo adriens 3 unser team hat deine inhalte geprüft und leider festgestellt dass sie gegen diese richtlinie verstoßen richten zu belästigung belästigung ich gebe euch bei belästigung drohungen und cybermobbing wir haben darum gebeten wir haben darum folgende inhalte von youtube entfernt video ansage an den bundesnachrichtendienst so uns liegt sehr viel daran dass youtube leider da hier dann dieser standard text baustein hier wieder und ja mit youtube ist das leider so es wird nicht geprüft wer fleckt die videos ist das vielleicht eine trollarmee vom geheimdienst oder einfach nur 100 leute die dich hassen sage ich mal und dann sich zusammengetan haben sondern sobald aber erst mal ein video weg ist kriegst du es eigentlich nicht mehr wieder außer es sind irgendwelche bescheuerten tik tok videos vielleicht wo ja keine ahnung dann eventuell aber ansonsten alles systemkritische da freut sich youtube natürlich auch das bleibt natürlich gesperrt so also mal video ansage an den bundesnachrichtendienst ist weg genau deswegen also das wollte ich nur noch mal kurz mitschneiden hier also bitte 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 ladet euch meine videos runter da gibt es eine kostenlose seite die werde ich euch auch noch mal einfügen www.clipconverter.de einfach url reinkopieren dann könnt ihr euch mal ein videos aufs handy oder auf dem pc laden braucht ihr gar keine externe app ladet sie euch neu hoch und runter und genau teilt meine videos überall so je mehr leute meine videos irgendwie auf der festplatte liegen haben auch wenn es nur diese spaziergänge sind weil teilweise ja macht der bnd ja auch dann dieses stalking scheiße und vorbeifahren mit dem auto das ist ja dann auch in diesem video eingefangen genau also da müsst ihr denn mal genau macht das ruhig mal also ich wäre euch dankbar downloadet teilt meine videos ladet die neue roche auf euren kanälen auf einer video plattform und genau ja das war es eigentlich auch schon wollte ich nur mitteilen die beschwerden kann man sich schenken da passiert meist gar nichts deswegen ladet euch meine videos runter je mehr leute das auf der festplatte haben ist so besser wenn irgendwann die kanäle wieder gelöscht werden sollten bin ich zwar noch auf video video.com slash anarchist truthfighter allerdings ja mit schuld ist noch sehr unausgereift das funktioniert auch nicht immer mit dem uploaden alles und ich habe das schon oft gehabt dass ich videos mehrfach hochladen musste wieder mehrfach verschwunden sein und das ist alles nichts ja deswegen also teilen 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 ladet euch die videos runter insbesondere die die messung und wenn ich dann irgendwann die kanäle alle weg sein sollten ich weg sein sollte weil ich ermordet worden bin durch den bnd dann gibt es zumindest dann noch die beweise dass es nicht der bnd gewesen ist beziehungsweise ja dann kann man die denn da irgendwie noch zur rechenschaft verziehen wie gesagt also auf jeden fall die messungen downloaden die videos sind nicht groß zeigt euch auch gerne die nicht so tacky sind wie ihr das ganze machen könnt da geht ihr auf youtube dann geht ihr jetzt mein kanal und nehmt euch zum beispiel das video hier illegal nazi head and eye implants geht hier drauf teilen link kopieren wie das am pc geht wisst ihr hoffentlich alle ich mache das jetzt hier auf dem handy die meisten leute schauen mir auch über handy zu so dann geht ihr hier auf den internet browser eurer wahl in meinem fall opera und da gibt es eine seite die nennt sich clipconverter cc dann geht ihr hier auf öffnen und dann macht ihr einfach hier diese video url rein das funktioniert auf allen systemen ja linux android das könnt ihr euch hier noch auswählen ob ihr nur das als mp3 haben wollt oder ja machen wir jetzt mal hier mp4 jetzt geht ihr hier auf weiter und jetzt könnt ihr euch das hier downloaden indem ihr hier unten auf start kriegt ich glaube ihr könnt das hier auch einfach so downloaden ohne dass irgendwie so irgendein ne auf jeden fall wenn ihr jetzt hier auf start drücken würdet dann würde sich das video erst mal konvertieren und dann könnt ihr euch das downloaden zack so 20 megabyte die werdet ihr wohl auf eurem smartphone frei haben und ja das wird wohl nicht so schwer sein und dann ja und diese 20 megabyte wenn jetzt sage ich mal 100 leute das machen oder 1000 leute mein kanal sollte irgendwann weg sein dann lebt aber wenigstens dieses video noch und äh ja ja oder das hier illegal eye implant evidenz hier sieht man es nochmal ganz klar die augen implantate von denen dr catherine hortner auch gesprochen hat ne dieses giftgrüne ähm das giftgrüne dünnfilm technologie die bitte downloadet euch dieses video diese beiden teilt es wo ihr nur könnt ne wie gesagt ich mach das hier nicht zum spaß ich kämpfe hier gegen geheimdienstkriminalität an ähm ja wie gesagt je mehr leute meine videos irgendwo auf der festplatte oder irgendwo auf dem handy rum liegen haben umso besser für mich und letzten endes könnt ihr das auch in euren gerichtsverhandlungen verwenden tatsächlich wenn ihr auch betroffener seid und augen implantat habt oder diese nanotechnologie dann könnt ihr zum beispiel sagen hier bin ich der einzige ne der verrückte typ da aus allen beck hat das auch ja ne und äh ja sowas zum beispiel ne für sammelklagen oder so ist das dann natürlich auch interessant ja ja also downloadet ähm euch meine videos ja jetzt überlege ich noch ich habe schon überlegt ich wollte nochmal ein video machen wie ich auf meine entschädigung komme ich überlege ob ich das jetzt hier noch mit rein mache oder ob ich ein separates video mache ja aber wie gesagt billig kommt der bnd auf jeden fall nicht weg für diese ganze scheiße ach komm ich mache es einfach noch als bonus in das video mit rein dass ich nicht hier tausende videos mit hochladen muss so wir nehmen mal den rechner und jetzt sage ich euch mal wie meine astronomisch hohen summen hier zusammen kommen so warum ich das ganze geld so wie gesagt es kommt natürlich auch vieles zusammen ähm wie gesagt dr catherine horten fordert 100 millionen euro pro tag solange das nicht gestoppt ist dieses ganze verstümmelungs- und mordprogramm äh nehmen wir einfach mal dr catherine hortens 100 100 millionen euro eine million 100 million so das mal 365 tage im jahr haben wir schon mal 36 milliarden 500 das heißt also mit 30 milliarden die ich gefordert habe ist eigentlich noch viel zu wenig ich kann nicht dazu dass die geheimnisse so einen schwachsinn machen alle so 365 das heißt wir haben jetzt 36 millionen 500.000 alleine nur für ein jahr und bei mir geht das ganze seit 21 jahren heißt also theoretisch würden mir sogar wenn ich so viel fördern würde wie dr catherine horten 766 milliarden 500 millionen 500 millionen euro zustehen joa herr karl ne wird eng langsam und vor allem es reißt nicht ab jeden tag wo das hier weiter läuft wo ich hier weiter gequält würde wird natürlich noch umso teurer dann ne ich sag das ist jetzt mit dem geld was 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 dr catherine horten gefordert hat die fordert 100 millionen euro pro tag was ich auch fair finde wie gesagt wenn man überlegt wird da oben kommt natürlich noch drauf der menschenhandel der mir betrieben wird und immer noch wurde illegal gegen meinen willen wo ich auch mehrfach mich beschwert habe dass das der bnd gebeten habe um unterlassung auch nichts passiert ist dann kommt wie gesagt die unterlassung an sich halt noch oben drauf ne dann die ganzen straftaten körperverletzungen und 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 worauf will ich eigentlich nur hinaus also egal wie man es dreht und wendet wir sind im milliardenbereich herr karl es wird nicht weniger es wird teurer aber so langsam würde ich vielleicht mal überlegen das ganze einzustellen hier ich werde mich mit nichts ich das alles überleben sollte hier mit nichts im millionenbereich zufrieden geben das ist viel zu wenig weil genau weil es halt einfach viel zu wenig ist für das ganze leid was ich machen muss und musste und es reißt ja nicht ab wie gesagt ich habe jetzt einfach mal dr kasschen hortens 100 millionen euro pro tag genommen ich habe auch schon mal ein anderes video gemacht wo ich mir eine entschädigung da berechnet habe es wird auf jeden fall nicht günstig werden für euch darauf will ich hinaus so mhm beziehungsweise wenn ich so viel fordern würde wie die horten also mit 30 milliarden seid ihr bei mir noch gut dabei fakt ist also wir sind im milliardenbereich und was anderes werde ich auch nicht akzeptieren weil mir stehen auch diese milliarden zu da siehst du dazu kommt auch noch es ist eigentlich schon fair wenn ich die 766 milliarden fordern würde weil ich ja selber auch milliardär beziehungsweise mindestens millionär mit bitcoin hätte werden können wenn ich nicht immer so geasset gewesen wäre also der fakt dass ich kein geld habe und nur das nötigste geld habe dank diesem wichsam beim bnd hätte ich ja selber da rein investieren können wäre millionär geworden mindestens das heißt also wir haben sowieso auch schon millionenschaden und jetzt auch wieder ein millionenschaden weil ich jetzt wieder kein geld habe dass ich hier in diese kryptos investieren kann hier ethereum und und cardano und weil ich das geld ja hier verwenden muss für ja um am leben zu bleiben für messgeräte für schutz für alufolie für so doof sich das anhören ne tja also es wird nicht besser ne wie gesagt ich werde euch das video mit der dr catherine horten auch noch mal ich werde einmal die seite in die beschreibung packen dann einmal noch den das video mit dr catherine horten mit timestamp wo sie das sagt wo sie die 100 millionen euro fordert pro tag würde ich das so machen also wenn ich auf jeden fall wir halten fest es wird teuer für euch ja karl wenn ich irgendwann mal zahlen müsst ich wäre milliardär ich werde steinreich und könnte mich zur ruhe legen und das ist auch richtig so man muss überlegen ich wurde hier vier werde vier 24 7 gefoltert seit meiner geburt aneignet beziehungsweise sehr gut seit 17 jahren machen wir es halt mal so machen wir halt was hatten wir jetzt gehabt das waren 36 millionen warte mal hier warte mal hier warte mal hier warte mal auf komm her ne ist auch egal sag ich mal auf jeden fall seit 17 jahren ich bin 21 seit 17 jahren seit meinem dritten lebensjahr läuft das auf jeden fall aber ich bin ja seit geburt an seit ich geboren wurde stand ja schon fest dass ich in dieses projekt reingehen würde also seit meiner geburt gut sag ich mal wenn ich drei augen zu drücke ne weil statt 21 jahren 17 jahren sie war trotzdem noch im milliardenbereich siehst du und dazu kommt ja auch noch dass man mir drei jahre gestohlen hat durch eigentlich schon längst 18 gewesen wäre das gibt mir auch keiner wieder das ist zeit wo ich schon hätte eine firma gründen können auch da wieder quasi drei jahre handlungsunfähigkeit das muss man sich mal geben vor allem das verstehe ich auch nicht das möchte ich auch gerne mal wissen herr karl warum so eine scheiße also das ist doch nicht notwendig für ein mk-ultra-projekt das ist ja auch vollkommener schwachsinn das ist auch wieder nicht auch wieder so eine sache vollkommen überflüssig was soll denn so eine scheiße ihr habt doch einen arsch offen ne das sind auch wieder drei jahre wo ich hätte irgendwas machen können sag ich mal ne das heißt also ich bin eigentlich schon seit drei jahren 18 hätte ich schon eine eigene firma gründen können gut wahrscheinlich wäre es mir eh wieder kaputt gemacht worden vom bnd aber trotzdem ne das werde ich euch auch nie verzeihen also 21 jahre futsch die kriege ich nie wieder drei jahre futsch wo ich hätte schon irgendwas machen können ein jahr futsch für diese ganzen Aufenthalte in diesen Nazi-Exterminierungslagern in Armee aus Hildesheim und Holzminden wo auch keiner gefragt hat wie geht es mir da wie ist das für mich mit vom Leiden in irgendeiner Anstalt eingesperrt zu sein in einem Nazi-Exterminierungscamp das kommt auch noch oben drauf also wir sind im Milliardenbereich und da werde ich auch nicht abrücken von selber schuld ich habe die scheiße nicht verzapft ich kann nichts dazu wenn sie ihre psychopathischen Mitarbeiter nicht unter Kontrolle haben Herr Karl das ist nicht mein Problem mich interessiert auf jeden Fall jetzt meine Milliardenentschädigung und da werde ich auch nicht abrücken von Punkt aus Basta also 21 Jahre sind weg die kriege ich nie wieder drei Jahre sind weg an Handlungsfähigkeit ein Jahr komplett weg durch die ganzen Einknastungen ne also das läuft nicht und da so mit so einem lausigen einer Million gebe ich mich nicht zufrieden ganz sicher nicht nichts im Millionenbereich so ja ich dachte das mal so als Bonus ich werde euch das Video mit Timestamp verlinken könnt ihr euch auch gerne downloaden und dann darunter die Seite Clip Converter CC funktioniert auf Handy Android, Linux, allen Systemen ja genau das war es das wollte ich eigentlich noch loswerden ähm ja ganz ehrlich ich mache mir Sorgen also ich werde mich mit nichts im Millionenbereich zufrieden geben wir sind im Milliardenbereich und ich frage mich wie ihr das kennt wie ihr mich auszahlen wollt da also es kommt hier so viel zusammen dann werde ich seit meinem dritten Lebensjahr sexuell vergewaltigt jeden Tag mit elektromagnetischen Waffen bis zum Orgasmus also wir haben also auch den Straftatenbestand es ist schon fair im Milliardenbereich zu fordern weil ich hier jeden Tag seit meinem dritten Lebensjahr gegen meinen Willen vergewaltigt werde das ist nichts anderes das macht keinen Unterschied ob jetzt jemand hierher kommt mich sage ich mal äh fesselt und mir einen runter holt also auch Männer können ja vergewaltigt werden ne oder ob da irgendwie irgendein Nachbar irgendwie mit einer elektromagnetischen Waffe mir einen Schniedel reinschießt und sage ich mal oder mich mit Nanotech Implantaten stimuliert bis zum Orgasmus ne es läuft draußen egal wo ich rumlaufe das kommt auch dasselbe bei raus dann noch die Augenimplantate na herzlichen Glückwunsch ne mehrfach gebeten dass das unterlassen wird also wir haben den Straftatenbestand einer Vergewaltigung 17 Jahre lang jeden Tag 24 7 bis zum Orgasmus gegen meinen Willen habe ich auch schon Messungen hier auf dem Kanal auf anderen Kanälen ähm ja das ganze Leid was ich durchmachen musste ne werde ich euch nie verzeihen so also wir sind im Milliardenbereich Herr Karl überlegen sie sich wie sie das auftreiben mehr weniger gebe ich mich nicht zufrieden ja Punkt aus Ende Diskussion zu Ende so so viel mal dazu auf jeden Fall ich wollte es euch nur noch mal in Erinnerung rufen und noch mal was jetzt lasst mich endlich in Ruhe hört auf mich an zu schwulen ich will mit euren Drecks äh Kiddies da und euren euch Autisten da nichts zu tun haben so das war es auf jeden Fall mal dazu und äh ja wir sehen uns im nächsten Video dann an alle meine normalen Zuschauer und ich werde euch die Katrin mal als erstes an an pinnen und dann unten in den Clip-Converter rein gut wir sehen uns im nächsten Video das wollte ich euch nur festhalten nochmal und dann genau ja war es das hier für das Video ihr